Hallo und herzlich willkommen zurück bei DrinkLink. Schnapp dir schon mal dein Lieblingsdrink, denn heute wird es exotisch. Wir tauchen ein in die spannende Welt der Tiki und der Tropical Drinks. Was macht sie aus? Was unterscheidet die beiden? Beide versprechen Urlaubsfeeling pur, doch ihre Ursprünge und Charakteristika sind so unterschiedlich wie ihre Aromen. Also lehn dich zurück, entspann dich und lass uns mal gemeinsam herausfinden, was Tiki und Tropical so besonders, aber auch so unterschiedlich macht. Bevor wir in die Welt der Tiki und Tropical Drinks eintauchen, lass mal kurz klären, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Tiki und Tropical Drinks sind beides Arten von exotischen Cocktails, die oft Rum als Basis nutzen und mit frischen Früchten und Gewürzen zubereitet werden. Während Tiki Drinks für ihre komplexen Rezepturen und die aufwendige Präsentation bekannt sind, sind Tropical Drinks meist einfacher und direkt aus den tropischen Regionen inspiriert, sowohl in der Spirituose als auch in den Säften. Beide Drinkkategorien bringen Urlaubsfeeling ins Glas und sie sind perfekt, um dem Alltag zu entfliehen. Die Tiki-Kultur nahm in den 1930er Jahren in den USA ihren Anfang, als Menschen nach einer Möglichkeit suchten, den grauen Alltag zu entfliehen. Inspiriert von der exotischen Vorstellung einer polynesischen Inselwelt paradiesgleich schufen Pioniere wie Don Beach, besser bekannt als Don the Beach Cumber, und Victor Trader Vic Belgeron einzigartige Orte. Bars, gefüllt mit Bambusdekor, Tiki-Statuen, exotischen Accessoires. Sie kreierten komplexe Drinks, die aus mehreren Rumsorten frischen Säften und speziellen Sirupen bestanden. Ihr Ziel, den Gästen das Gefühl geben, für einen Moment in den tropischen Urlaub zu entfliehen. Diese exotische Flucht wurde zu einem riesigen Erfolg und die Tiki-Bars erfreuten sich schnell sehr großer Beliebtheit. Die Popularität der Tiki-Kultur erreichte ihren Höhepunkt dann in den 1950er und 60er Jahren, als die amerikanische Gesellschaft den Traum vom Tropenparadies suchte. Während des Weinweltkriegs wurde die Exotik und die Südsee von vielen Amerikanern romantisiert, insbesondere von Soldaten, die aus dem Pazifikraum zurückkehrten. Die Tiki-Bars und Drinks boten eine Art Fantasieflucht aus der zunehmend industrialisierten Welt. Doch mit der Zeit verblasste die Popularität der Tiki-Kultur und es gab einen Generationen-Clash, weil die Eltern, so schön es war und so schön die Fantasieflucht war, eben Dinge verkörperten, die die 1968er, 69er Gesellschaft abstoßt. Nämlich das, was die Eltern toll finden, finden die Kinder irgendwann mal, wenn sie erwachsener werden, nicht mehr so toll. Schließlich in den letzten Jahren, so 1980, Mitte 80 der 90er, gab es dann wieder eine Revival von Craft-Cocktails und hier gewann dann auch das Tiki wieder mehr an Bedeutung. Tropical Drinks hingegen kommen direkt aus den tropischen Regionen der Karibik und Südamerika. Sie basieren oft auf Zutaten, die vor Ort wachsen, mit frischen Früchten, Kokosnüssen und lokalen Spirituosen. Ein perfektes Beispiel ist die Pina Colada aus Puerto Rico, die mit Rum, Ananas-Saft, Kokoscreme und frischer Limette zubereitet wird. Diese Drinks spiegeln die Aromen und Traditionen ihrer Herkunftsländer wieder und sind oft einfacher in der Zubereitung als ihre Tiki-Verwandten. Tropical Drinks entwickelten sich aus der natürlichen Verfügbarkeit tropischer Zutaten in der entsprechenden Region, in denen sie entstanden sind. Sie sind stark von den lokalen Kulturen geprägt, sei es die Verwendung von Zuckerrohr und Rum in der Karibik oder die Verwendung von tropischen Früchten wie Ananas und Mango. Anders als die Tiki Drinks, die oft eine westliche Interpretation der Südsee darstellen, sind Tropical Drinks authentische Ausdrucksformen der kulinarischen Traditionen ihre Ursprungsregion. Durch den Einsatz einfacher, frischer Zutaten sind sie für ihre Leichtigkeit und den authentischen Geschmack bekannt. Im 20. Jahrhundert wurden viele dieser Drinks durch den Tourismus und durch die Globalisierung weltweit populär. Wir gucken uns mal die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Tiki und Tropical. Tiki-Cocktails zeichnen sich durch ihre komplexen Rezepturen aus. Hier kommen oft mehrere Spirituosen, Sirup und Gewürze zusammen, wie beim klassischen Mai Tai, der verschiedene Rumsorten, Orjat, also Mandelsirup, Curaçao und Limettensaft kombiniert. Im Vergleich dazu sind Tropical Drinks einfacher aufgebaut und enthalten meist nur ein oder zwei Spirituosen zusammen mit Fruchtsäften. Sie orientieren sich eher von der Zusammensetzung auf weniger Zutaten, wohingegen Tiki Drinks oft sehr viele Zutaten haben. Tiki Drinks bieten ein komplexes Geschmacksprofil mit Noten von Gewürzen, Kräutern und Zitrusfrüchten, die zusammen ein wahres Feuerwerk an Aromen erzeugen. Tropical Drinks hingegen sind oft leichter zugänglich, manchmal sogar linear und setzen auf die süßen und fruchtigen Noten von Früchten und Kokosnuss. Dann haben wir da noch was. Die Präsentation. Tiki Drinks punkten mit ihrer auffälligen Präsentation. Sie werden in speziellen Tiki Bechern und Gläsern serviert und mit exotischen Früchten, Minze und kleinen Schämchen dekoriert. Tropical Drinks sind dagegen etwas schlichter in ihrer Präsentation und werden oft eher mit Standardgläsern serviert. Tiki Drinks sind bekannt für ihre Verwendung von speziellen Sirupen, wie Orjat oder Phalanum oder Pimentodum, die für ihre charakteristische Tiefe und Komplexität sorgen. Diese Sirupe und Zutaten kommen in Tropical Drinks sehr selten bis gar nicht vor. Diese setzen eher auf pure Fruchtaromen oder eben die Aromen der Zutaten, Liköre und Spirituosen. Tiki Drinks sind Produkte einer amerikanischen Interpretation polynesischer Kultur, zumindest im Ursprung. Und sie spiegeln eine Fantasie der Südsee wieder. Mittlerweile kann man das auch viel weiter fassen und wir sind über die Fantasie der Südsee hinaus, sondern grundsätzlich in der Fantasie. Ihre Entstehung war stark von der Sehnsucht nach exotischen Fluchten und Fluchten allgemein sowie der Romantisierung der Südsee beeinflusst, besonders in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Tropical Drinks hingegen stammen direkt aus den tropischen Regionen und sie basieren auf traditionellen Rezepten und Zutaten. Nur als Beispiel Aldi Sours rund um Mexiko, eine Margarita, Tommys Margarita oder dann Produkte, die auf Cachaca, also aus Richtung Brasilien gehen oder einen Pisco Sour zum Beispiel. Trotz ihrer Unterschiede teilen Tiki und Tropical Drinks einige Gemeinsamkeiten. Beide verwenden sehr häufig Rum als Basis und integrieren tropische Fruchtsäfte wie Ananas oder Limette. Sie sind erfrischend und vermitteln ein Gefühl von Urlaub an Exotik. Zudem werden beide oft kalt serviert und eignen sich perfekt für warme Tage oder um den Alltag zu entfliehen. Das war also unser tiefer, aber kurzer Einblick in die Unterschiede von Tiki und Tropical Drinks. Ich hoffe, du hast nun ein etwas klareres Bild und kannst damit mit uns die Reise in Richtung Tiki antreten. Das Beste ist, jetzt hast du eben genug Wissen, um dann auch beim nächsten Barbesuch richtig zu beeindrucken. Probier doch mal einen Mai Tai oder eine Piña Colada. Entdecke selbst, wie unterschiedlich diese Welten sind. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer spritziger Daumen nach oben, gerne auch den Kanal abonnieren und gerne lass einfach mal ein Hashtag Tiki unten in den Kommentaren, wenn du bis hierhin geschaut hast. Alleine um den Algorithmus ein bisschen zu triggern. Wir werden jetzt weiter das Thema Tiki im November des Jahres 2024 erkunden und haben jetzt hiermit dann den Start gelegt. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Cheers, euer Jörg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.